Wenn man natürlich die Reputationsbildung auf solche Kennzahlen stützt, dann sorgt das natürlich dafür, dass Forschende sich darum bemühen, diese Kennzahlen auch zu steigern. Beim Thema Reputation in der Wissenschaft denke ich sofort an Publish or Perish. Ist diese Assoziation nach angemessen? Darüber spreche ich heute mit Jasmin Schmitz. Sie leitet die Publikationsberatung bei ZB Med. Schön, Jasmin, dass du da bist. Vielen Dank, Elke. Ich freue mich auf unser Gespräch. Stichwort nochmal Publish or Perish. Stimmt das noch so? Ja, auf jeden Fall. Publikationen haben nach wie vor bei der wissenschaftlichen Reputationsbildung eine ungeheure Bedeutung. Die DFG hat ein Positionspapier zum wissenschaftlichen Publizieren und zur Grundlagen der Wissenschaftsbewertung herausgegeben, jetzt im Mai. Darin steht ein Satz, den ich ganz spannend finde. Ich zitiere den mal. Aktuelle Beobachtungen lassen nun erkennen, dass sich das Publikationswesen aufgrund der Wechselwirkungen mit den Bewertungssystemen an vielen Stellen des Wissenschaftssystems in eine ungünstige Richtung entwickelt. Kannst du uns diese ungünstige Richtung mal erläutern? Also wie sieht die Situation aus deiner Sicht für die WissenschaftlerInnen aus? Also im Prinzip kann man sagen, nach wie vor relevant oder hoch relevant für die Reputationsbildung sind das Einwerben von Drittmitteln, die Anzahl der Publikationen möglichst in sogenannten renommierten Journals oder bei einem renommierten Verlag, in den Lebenswissenschaften insbesondere auch mit Peer Review und die Zitationen. Und was man hier direkt auch sehen kann, das sind natürlich alles Aspekte, die sich relativ gut zählen lassen, sodass eben auch der Fokus nicht unbedingt auf Aspekten liegt, die vielleicht auch wichtig sind, wie beispielsweise gute Lehre machen, sich um die Nachwuchsforschenden kümmern, weil man das einfach viel schlechter auch zählen kann und sich schlussendlich eben auf die Aspekte konzentriert, die man gut zählen kann. Was des Weiteren eben auch dazu führt, dass man eine gewisse Anreizsetzung an diesen Punkten hat und Forschende sich darauf konzentrieren, möglichst viele Publikationen zu schreiben, möglichst viele Drittmittel einzuwerben und möglichst häufig zitiert zu werden. Darauf würde ich gleich noch eingehen, auf diese Anreize. Bleiben wir mal bei dem Stichwort Zitationen, was du genannt hast, weil die zählbar sind. Das ist ja auch eine Metrik, die zählbar ist. Die sind ja sehr umstritten inzwischen. Wo liegt genau die Problematik bei den Zitationen? Bei den Zitationen ist es natürlich so, dass man die Anzahl der Zitationen mit der Qualität gleichsetzt, teilweise. Das heißt, man schaut sich die Publikation nicht mehr selber an, sondern bewertet die Publikation anhand der Zitationen. Und das ist natürlich problematisch, weil der Inhalt in dem Moment vielleicht gar keine Rolle mehr spielt, sondern in erster Linie, ja, der Impact und die Wirkung. Die DFG spricht hier von Kennzahlen erzeugten Fehlanreizen. Ich finde das Wort so schön prägnant, die letztendlich gegen die Standards der guten wissenschaftlichen Praxis verstoßen. Über gute wissenschaftliche Praxis hatten wir ja schon mal gesprochen. Das erweckt für mich den Eindruck, dass wissenschaftliches Fehlverhalten erst mal belohnt wird und gute wissenschaftliche Praxis nicht. Ist das so? So pauschal kann man das eigentlich nicht sagen. Also es wäre sehr überspitzt formuliert. Aber wenn man natürlich die Reputationsbildung auf solche Kennzahlen stützt, dann sorgt das natürlich dafür, dass Forschende sich darum bemühen, diese Kennzahlen auch zu steigern. Das kann in Einzelfällen bei manchen Forschenden auch den Impuls auslösen, das mit der guten wissenschaftlichen Praxis vielleicht nicht mehr ganz genau zu nehmen und stattdessen in die Richtung wissenschaftliches Fehlverhalten zu tendieren. Da sind wir dann auch schnell bei dem Thema Predatory Publishing aus meiner Sichtweise. Das ist ja eine große Falle, gerade weil die WissenschaftlerInnen sich gezwungen fühlen, zu publizieren, dass sie an die falschen Zeitschriften geraten, an die falschen Publikationsorgane. Wo siehst du denn die größte Falle, auf so ein unsauberes Angebot hereinzufallen? Oder was könnten die WissenschaftlerInnen tun? Worauf könnten sie aufmerksam sein, damit es ihnen nicht passiert? Also beim Thema Predatory Publishing muss man immer unterscheiden zwischen Forschende, die da tatsächlich drauf reinfallen und Forschende, die diese Predatory Journals tatsächlich wissentlich nutzen, weil sie davon ausgehen oder weil sie eigentlich wissen, dass da das Begutachtungsverfahren relativ lax abläuft und sich davon erhoffen, möglichst schnell an eine weitere Publikation zu kommen. Bei Nachwuchsforschenden ist es dann in der Regel so, die werden auf das Angebot, die Publikationsmöglichkeit irgendwie aufmerksam, in der Regel über Spam-Mails beispielsweise, und die fallen dann regelrecht auf diese Zeitschriften rein. Also die Unterscheidung muss man eigentlich noch machen. Worauf ich noch eingehen würde in diesem Kontext von Reputation und Publizieren, ist auch das Thema Preprints. Die haben ja durch die Pandemie einen wahnsinnigen Auftrieb erfahren, sind ja, ich will nicht sagen durch die Decke gegangen, aber sind sehr viel mehr in die Medien gewesen, weil sie einfach, die Bedeutung ist einfach evident geworden in der Pandemie. Aber es haben immer noch Forschende auch die Angst, dass ihre Ideen geklaut werden könnten, dass jemand anderes früher ein Forschungsthema veröffentlicht als sie selber. Wie könntest du konstruktiv, also was könntest du den Forschenden mit nach Hause geben, als Tipp, wie sie damit konstruktiv umgehen können? Im Prinzip wäre ja hier der Tipp oder hier der Rat, hat veröffentlicht Preprints, weil Preprints ja auch ein Signal an die wissenschaftliche Community sind. Ich habe zu dem Thema geforscht und hier sind schon mal meine ersten Ergebnisse. Bei Preprints muss man immer beachten, dass die Ergebnisse in diesen Manuskripten noch nicht begutachtet worden sind. Das heißt, andere Forschende aus dem Fachgebiet haben hier noch nicht drüber geschaut. Das heißt, die Publikation selber ist noch nicht qualitätsgesichert nach gängigen Standards und deswegen sind die Ergebnisse immer noch unter Vorbehalt. Aber generell kann man Nachwuchsforschenden raten, geht nach draußen mit euren Ergebnissen, weil dann ist euer Forschungsergebnis dokumentiert, eure Forschungsleistung dokumentiert und dann kann im Prinzip auch keiner mehr die Ergebnisse klauen, sozusagen. Weil ja jederzeit nachgewiesen werden kann, dass man der die Erste war, die zu dem Thema publiziert hat. Und dann torpediere ich mir auch nicht mit dem Preprint meine eigentliche Publikation? Mittlerweile ist das nicht mehr so. In der Vergangenheit war es eher so, dass die Zeitschriften sehr skeptisch waren oder auch sehr kritisch gegenüber Preprints waren. Aber das ändert sich zunehmend. Also immer mehr Zeitschriften erlauben tatsächlich die Preprint-Publikation, zwar unter bestimmten Bedingungen, dass hinterher, wenn der eigentliche Artikel erschienen ist, dass da eine gegenseitige Verlinkung stattfindet. Und dass man das vorher bitte auch kommuniziert, dass man ein Preprint veröffentlicht hat. Aber dass man sich damit die eigentliche Publikation zerschießt, kann man heute nicht mehr sagen. Verstehe ich das dann so, dass dann gute wissenschaftliche Praxis und Open Science sich die Hand geben? Im Prinzip kann man das so sagen. Es gibt zumindest eine enge Verbindung da drin zwischen den beiden. Und ja, sie verstärken sich positiv. Beziehungsweise Open Science verstärkt natürlich die gute wissenschaftliche Praxis. Und was man, man kann auch im Prinzip überspitzt sagen, dass Open Science eigentlich gute wissenschaftliche Praxis ist und eigentlich das ist, wie Wissenschaft überhaupt betrieben werden soll. Oder was die Grundidee von Wissenschaft eigentlich ist. Die Grundidee von Wissenschaft ist, sich mit FachkollegInnen auszutauschen zu einem Thema, möglichst in allen Stadien der Forschung und nicht auf seinen Ergebnissen zu hocken und die so lange wegzuschließen, bis tatsächlich die Publikation fertig ist und man damit rauskommen kann. Wenn ich mir jetzt die ganze Gemengelage anschaue, was würdest du deinen WissenschaftlerInnen auf den Weg geben, wie eine gute Publikationsstrategie für sie aussehen sollte unter diesen Bedingungen, dass wir wissen, wir leben in so einer metrikenbedingten Welt, wissen aber, diese Metriken sind letztendlich auch irreführend, liefern falsche Anreize. Also wie sollten sich WissenschaftlerInnen jetzt in dieser Situation verhalten, wenn sie Karriere machen wollen, also wenn sie ihre Reputation aufbauen wollen? Das ist im Prinzip eine relativ schwierige Frage, weil in gewisser Weise, wenn man in der Wissenschaft Karriere machen möchte, dann muss man das Spiel mitspielen sozusagen. Aber wir sind jetzt auch in einer Phase des Umbruchs, wo man tatsächlich die klassischen Kennzahlen immer stärker kritisiert. Es ist ein breites Bewusstsein da, dass es so nicht weitergehen kann. Und deswegen wäre es auch ratsam, weiterhin dieses ganze Thema zu beobachten. Es entwickelt sich viel auch in Richtung Openness, eine stärkere Berücksichtigung der guten wissenschaftlichen Praxis. Also wenn Forschende reproduzierbar arbeiten, wenn Forschende transparent arbeiten und das mit im Hinterkopf behalten. Das heißt, wir hoffen auf den Kulturwandel. Wir setzen uns damit für ein, für diese Bewusstseinsschärfung, was diese Themen anbelangt, dass Openness, Open Science, Transparenz auf die gute wissenschaftliche Praxis einzahlen und damit schlussendlich auch auf die Reputation von den WissenschaftlerInnen. Mit diesen doch guten Aussichten bedanke ich mich bei dir für das Gespräch und weitere Informationen haben wir in der Infobox verlinkt. Vielen Dank.